Kommen wir zu einem sensiblen Thema, was besonders die Frauenwelt betrifft. Der weibliche Menstruationszyklus. Nicht nur spannend, sondern für manche leider auch durchaus schmerzhaft und unberechenbar. Doch zumindest gegen die vermeintliche Unberechenbarkeit kann man in den meisten Fällen zum Glück etwas tun. Ich heiße Julia und im heutigen Video stelle ich euch eine App vor, die sinnvoll euren Zyklus dokumentiert und nach bestimmter Zeit sogar Vorhersagen darüber treffen kann, wann eure nächste Periode einsetzt. Und damit wieder hallo und ganz herzlich willkommen bei BILDNER TV, euren Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Der weibliche Monatszyklus ist von Frau zu Frau unterschiedlich und sehr individuell. Was aber wahrscheinlich alle Frauen miteinander vereint ist, dass der monatliche Besuch einer Blutung als unangenehm bzw. als Belastung empfunden wird. Doch zumindest das kann man sich ein bisschen angenehmer und leichter gestalten, wenn man da zumindest eine Planung und Berechenbarkeit hätte. Dafür stelle ich euch im heutigen Video eine App vor, die euren Zyklus nicht nur dokumentiert, sondern auch analysiert und Vorhersagen darüber treffen kann, wann vermutlich die nächste Blutung einsetzt. Für diejenigen von euch, die unter unregelmäßigen Perioden leiden und gar nicht so genau wissen, wann die nächste Blutung einsetzt, kann die App helfen, eine Statistik und eine Prognose zu erstellen, anhand der Informationen, die ihr hinterlasst. Die App, die ich euch vorstelle, heißt Clue und ist kostenlos für alle Android-User im Google Play Store erhältlich und für alle iOS-User im Apple App Store. Die App, die ladet ihr euch einfach mal zunächst herunter und richtet sie mit Registrierung ein. So, wenn ihr die App heruntergeladen habt, werden einige Daten von euch erfragt, die zur Individualisierung gedacht sind. Die App nutzt die Informationen dafür, um eine Analyse über euren Zyklus zu erstellen. Umso mehr Informationen ihr hinterlasst, umso genauer werden die Prognosen und Vorhersagen. Das heißt, ihr müsst erst einmal eine Weile rumprobieren und ein paar Einträge vornehmen, damit die Prognosen genauer werden. Ich zeige euch einmal, wie das geht. Ihr seid einmal in der Standardanzeige und in der Standardanzeige seht ihr auf der Hauptseite verschiedene Artikel, über die ihr euch zusätzlich noch belesen könnt. Das sind Themen wie Fruchtbarkeit, Sexualität, Eisprünge, Kinderwünsche und so weiter und so fort. Das kann super interessant sein, denn ihr erweitert somit auch zusätzlich euer Wissen über den weiblichen Körper und über bestimmte Körperzyklen. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr die App aber auch einfach nur für eure Eintragung nutzen. Und zwar habt ihr unten in der Leiste fünf verschiedene Buttons. Wenn wir von links nach rechts gehen, können wir diese Buttons einmal durchgehen. Links habt ihr einmal den Button Zyklus und wenn ihr den anklickt, dann kommt ihr auf einen Kreis, der euren Zyklus in seiner Länge grafisch darstellt. Ihr seht dann quasi, an welchem Tag eures Zyklus in einem Monat ihr euch befindet. Am Anfang sind die Informationen noch nicht ganz so genau, aber wie gesagt, umso mehr Einträge und Informationen ihr hinterlasst, umso genauer werden die Vorhersagen. Zum Beispiel zeigt euch der Zyklus an, ob ihr gerade einen fruchtbaren Tag habt. Also das heißt, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr keinen Kinderwunsch habt, an dem Tag bei Geschlechtsverkehr verhüten solltet. Oder aber auch, wenn ihr einen Kinderwunsch habt, dass das vielleicht der perfekte Tag ist, um Geschlechtsverkehr zu haben und schwanger zu werden. Wie nehmt ihr aber die Eintragung vor, damit die App mit Informationen versorgt wird und diese analysieren kann? Dazu geht ihr ganz einfach auf die Funktion Kalender. Nachdem ihr auf den Button Kalender geklickt habt, könnt ihr ganz einfach jeden Tag verschiedene Eintragungen vornehmen. Da gibt es verschiedene Symptome, Parameter, aber auch Beschwerden, die ihr eintragen könnt. Ihr könnt das in der ersten Zeit jeden Tag machen, aber am wichtigsten ist es, wenn ihr mit den Eintragungen anfangt, sobald eure Monatsblutung oder die ersten Vorboten einsetzen. Da gibt es einmal die Kategorie die Blutung an sich. Dort könnt ihr einmal Auskunft über die Stärke der Blutung geben, ob sie leicht, mittel oder stark ist, oder ob es sich vielleicht auch einfach nur um eine Schmierblutung handelt. Dann könnt ihr noch weitere Parameter und Beobachtungen erfassen, und zwar im nächsten Schritt einmal den Grad der Schmerzen, den ihr vielleicht habt oder auch nicht. Dann wird einmal über eure Stimmung gefragt. Da könnt ihr das entsprechend anklicken. Dann euer Schlaf, also wie viele Stunden am Tag ihr geschlafen habt. Dann Libido oder Geschlechtsverkehr. Dann euer Energielevel, Ausfluss, den ihr vielleicht habt oder nicht. Das ist vielleicht für manche ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ihr habt dort vier verschiedene Varianten zur Auswahl, von denen ihr aussuchen könnt, was am ehesten zutrifft. Dann wird auch nach eurer Verdauung gefragt, nach eurem Hautzustand, nach eurem Gewicht und nach eurer Motivation. Ich finde es total faszinierend, dass wir mittlerweile in Zeiten leben, wo unser Smartphone nicht mehr nur zum Anrufen und zum Schreiben dient, sondern dass es auch so viele andere Funktionen erfüllt, die uns rund um Gesundheitsthemen weiterhelfen können. Wenn ihr an noch mehr Funktionen eures Smartphones interessiert seid, dann schaut auch gerne bei Bildner Verlag vorbei. Dort gibt es eine riesengroße Auswahl an verschiedenen Büchern rund um das Thema Smartphone, die nachvollziehbar, verständlich und anschaulich formuliert sind. Wenn ihr einen Kommentar unter diesem Video hinterlasst, dann nehmt ihr automatisch an unserem wöchentlichen Gewinnspiel teil. Kommentiert also ganz fleißig unter diesem Video und vielleicht gehört ihr zu den Gewinnern, die diese Woche ein kostenloses E-Book oder ein Buch in Papierformat aus dem Bildner Verlag gewinnen. Beantwortet mir dazu doch folgende Frage. Und zwar habt ihr schon mal Erfahrungen mit Perioden-Trackern gesammelt und seid ihr interessiert daran? Ich freue mich wahnsinnig sehr über eure Antworten und viel Glück beim Gewinnspiel. Für diejenigen von euch, die unter Menstruationsbeschwerden leiden oder vielleicht auch nicht unbedingt unter Beschwerden, Beschwerden wissen, dass die Stimmung und der körperliche Zustand sich vor und nach und während der Menstruation verändert. All die Parameter, Beobachtungen und Symptome, die ihr hier beschreibt, haben Einfluss auf den Hormonhaushalt, die maßgeblich für euren Menstruationszyklus sind. Wenn eure Menstruation zum Beispiel ziemlich unregelmäßig kommt, wird euch die App auch darüber informieren. Aber dazu mehr unter dem Punkt Analyse. Denn da gehen wir jetzt einmal weiter. Auf dem Button Analyse habt ihr eine genaue Auflistung und Auswertung eurer bisherigen Informationen und Einträge. Clou dokumentiert nicht nur, sondern analysiert auch. Das heißt, umso mehr Informationen ihr hinterlasst, umso genauer sind die Vorhersagen und Prognosen, die Clou darüber trifft. Es wird zudem eine Analyse über eure Zyklusdauer, über die Periodendauer und über die Schwankungen aufgestellt. Denn das variiert je nach Lebensabschnitt, Alter und auch nach anderen Faktoren. Clou klärt euch darüber auf, ob ihr euch mit diesen Parametern im Normalbereich befindet oder ob ihr eher im anormalen Bereich seid. In letzterem Fall solltet ihr euch bei einem Gynäkologen oder bei einem Frauenarzt vorstellen, um dies abzuklären. Der Vorteil ist aber, wenn ihr die App regelmäßig nutzt, habt ihr alle Daten sehr genau dokumentiert und könnt mit eurem Gynäkologen oder Frauenarzt sehr genau über euren Zyklus sprechen. Das ist zum Beispiel ein Fakt, den viele im Trubel des Alltags sehr leicht mal vergessen und man sich nicht mehr so genau erinnern kann, wann denn die letzte Periode war, wie lange sie angedauert hat, wie stark die Blutung war und vor allem, wie die Begleitsymptome ausgesehen haben. Das ist super praktisch, über einen Langzeitverlauf Informationen darüber geben zu können, um sich mit dem Frauenarzt darüber auszutauschen. Und falls alles im Normalbereich ist, ist es für einen selber trotzdem sehr praktisch zu wissen, wann denn voraussichtlich die nächste Periode einsetzen wird. Im letzten Punkt seht ihr einen Button, wo ihr genau über die Artikel auf der Hauptseite informiert werdet, wo ihr euch stets darüber belesen könnt, was für neue Informationen und Artikel es zu Gesundheitsthemen denn so gibt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Alles in allem ist die App Clou ziemlich praktisch, denn wann immer ihr mal Unsicherheiten habt und nicht so genau wisst, ob euer Zyklus sich im regelmäßigen Bereich befindet oder ihr vielleicht so aus dem Kopf heraus keine Regelmäßigkeit entdeckt, schaut ihr einfach in den Kalender und habt alles ganz genau aufgelistet. So, das war es auch schon mit diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe sehr, dass ich euch weiterhelfen konnte, eine Anregung zu geben, die App einmal völlig auszutesten, um eure Menstruation analysieren zu lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Um auch keine Videos mehr von BILDNER TV zu verpassen, abonniert diesen Kanal ganz einfach kostenlos. Beim Aktivieren der Glocke werdet ihr täglich darüber informiert, sobald ein neues Video von BILDNER TV online geht. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020